Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um 5 Dinge, die ich am neuen iPhone 6 und 6 Plus echt nur kritisieren kann. Die erste Sache wäre da, dass einige Techniken nicht vollständig genutzt werden können. Das perfekte Beispiel dafür ist NFC. Apple verbaut NFC in den neuen Geräten, doch warum kann man dieses nur für Apple Pay nutzen, das selbstverständlich erstmal nur in Amerika verfügbar ist? Achso, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, weshalb man auch Bluetooth nicht vollständig, also auch nicht für den Datentransfer nutzen kann. Gerade mit NFC Tags kann man echt tolle Dinge machen, wie zum Beispiel bestimmte Funktionen auslösen, wenn man sein Gerät auf den Tag hält. Ich hoffe nur, dass sich das mit einem Jailbreak ändern lässt. Das nächste, was mich stört, ist das Bandgate, was auch sicherlich ein Begriff ist. Angeblich verbiegt das iPhone 6 Plus, wenn man es zu lange in der Hosentasche hält. Ein amerikanischer Tech-YouTuber hat bereits einen Band-Test, also ein Video, in dem er verschiedene Geräte verbiegt, hochgeladen. Dabei schneidet das iPhone 6 Plus nicht besonders gut ab. Auch wenn erst etwa 9 Geräte wegen des Fehlers bei Apple zurückgegeben wurden, darf so etwas meiner Meinung nach einfach nicht passieren. Ein weiterer Makel ist, dass das iPhone 6 bzw. 6 Plus anderen Geräten immer ähnlicher sieht. Ein gutes Beispiel dafür ist das HTC One M8. Wie auf dem Bild zu sehen, sind beide Geräte grau und haben diesen hellgrauen Streifen auf der Rückseite. Aus meiner Sicht wäre es sicherlich nicht falsch gewesen, die Kanten wie bei den vorherigen Geräten eckig zu lassen. Was ich außerdem kritisieren muss, ist, dass das iPhone 6 nicht wasserfest oder nicht mal wasserresistent ist. Auch wenn ich nicht vorhabe, meinen iPhone 6 ins Wasser zu werfen, könnte es doch etwas mehr Sicherheit bieten, wenn man weiß, dass das eigene Smartphone nicht direkt bei Wasserkontakt kaputt geht. Das Ärgerlichste, gerade für Leute, die mit einem 5,5 Zoll Display nicht klarkommen, ist ohne Zweifel, dass die besten Funktionen nur im 6 Plus verfügbar sind. Ein Full HD Display, ein leistungsstarker Akku, eine Kamera mit optischem Bildstabilisator, alles Funktionen, die im iPhone 6 Plus exklusiv sind und im iPhone 6 nicht vorhanden sind. Schade. Aber nun seid ihr an der Reihe. Schreib mir in die Kommentare, was dich am iPhone 6 oder 6 Plus am meisten nervt. Du solltest dir auf jeden Fall auch noch den anderen Teil dieses Videos ansehen, in dem ich dir 5 Dinge vorstelle, die ich am iPhone 6 liebe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass doch einfach eine Bewertung. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Apple Stuff Tutorials.